Hallo und herzlich willkommen zur Folge 224 von Let's Play Minecraft Season 5 meine lieben Freunde ich Oh neues Lied und es wird Nacht, oh es ist Nacht Es ist Nacht mit dem kurzen Weg Kurzer Weg, kürzester Weg, noch kürzester Weg Zombie weg mit dir Und ein Skelett Hilfe Steil schnaufen wenn es denn geht So Wir haben was neues zu verkünden Denn und zwar ist der Community Server F3 Da oben steht es 1.9 Light Loader Wir sind auf der Version 1.9 Sie ist auf jeglicher Version erreichbar Die 1.8, 1.9 oder 1.10 Das heißt ihr könnt von der 1.8.0 bis zur aktuellen Version was die 1.10.2 ist Ihr auf den Community Server spielen Das könnt ihr So ich war ja oben zugange Wer dieses Lied wissen will wie es heißt Das heißt Das heißt Sarteen Danger Von Kevin McLoad Wie gesagt Wie fast jedes Lied Letzte Folge ist wahrscheinlich Bisschen falsch verstanden worden Von einigen Von einigen Hab mir schon gedacht Das sind ein paar mehr Aufrufe bekommen Weil es natürlich ein heikles Thema ist zur Zeit Ja die Community und ich Das klingt ein bisschen blöd Community und ich Wir als Community Haben Nur etwas zum Ausdruck gebracht Das war jetzt nichts gegen dich Überhaupt nicht gegen dich Und das war auch nur ein Hinweis Also ich weiß nicht Ich habe so das Gefühl gehabt Dass der Herr Hammer Und sich ein bisschen angegriffen gefühlt hat So und er hat auch geschrieben Dass er möchte Dass ich doch den Server Nicht mehr als Community Server auslege Sondern als ganz normalen Server weiterführe Wo ich ehrlich sage Nein Das muss ich dann beneinen Bis hier hin glaube ich mal So Das muss ich beneinen Denn Wir haben nur zwei Stufen Der Community Server Ist für alle die In unserer Community sind Und auch neu dazukommen Erreichbar Und das wird auch in Zukunft so bleiben Das wird in Zukunft auch so bleiben So Ne Ein tiefer Ein tiefer Aufpass nicht Dass wir hier runter stürzen Ja Des Weiteren Hat er sich eben entschuldigt Und sich damit Höchstwahrscheinlich Wie drücke ich das jetzt am besten aus Ich bin wirklich sprachlos auf diesen Kommentar Bildet eure eigene Meinung Sag ich jetzt einfach mal Zur Wahl gibt es bisher auch nichts Neues Ich habe nur gehört bis jetzt Dass der Zorger wieder zurück in Lande ist Und dass die Rote Beete Jetzt sogar in Mobrik Ihren Platz findet Mit einem kleinen Shop Einen kleinen Kaufgebäude So hier rüber kommt sie eine kleine Händebrücke aus Eichenholz Habe ich mir überlegt Dabei soll der Boden aus Fichtenholz bestehen Und der Rest Also nicht der Rest sondern Das Geländer aus Eichenholz Schau mal schauen wie ich das mache Ich werde das mit Dreck erstmal vorarbeiten Müssen Fertig auf dass ich die überhaupt nicht brauche Dabei geht es ja ab Abwärts Dafür vielleicht auch erstmal Den machen Den So Eventuell Ich weiß nicht ob ich da noch ein bisschen raus gehe Ist gerade eine Wärme Eine Wärme ist bei mir hier drin Das wird wahrscheinlich ein bisschen eng werden Ich habe mir ein bisschen Essen mitgenommen Hier Ein bisschen Gebratenes Kardinchenfleisch So Das wird ein bisschen eng mit den Zäunen Scheinlich reiße ich hier nochmal die Decke ein So ein bisschen So ein bisschen Genau Das ist auch ein bisschen natürlich ausschaut Das ist auch ein bisschen Das ist auch eine Wärme ist mit dem Zäunen Das ist nur Lehm Ich glaube wir haben noch Eichenholz von der Tour Wenn wir dort noch keins haben müsste das Im Vorzahn Oder da vorn Gucken wir erstmal hier Hier ist noch Eichenholz Hier sind nur noch Kies drin Hier ist auch noch Eichenholz Das reicht das mal glaube ich Die nehmen wir auch mal mit Einen lassen wir hier Ihr müsst aber wissen dass wenn das selber für die Version 1.8,9 und 10 ausgelegt ist Dass da die Crafting Rezepte natürlich auch noch nicht angepasst wurden Weil es ja immer noch den ältesten Stand der 1.8 besitzt Das bedeutet auch wenn ihr dann ein Boot craftet Hat es auch noch nicht alle verschiedenen Sorten eines Bootes Das schaut so aus als hättet ihr ein Boot mit neuer Textur Aber ihr habt dann keinerlei Eigenschaften der neueren Version mit dabei Das bedeutet ihr habt die Version und das ist dann auch alles Ich habe das neue Texturenpack da ist das auch sehr schön eingerichtet Wenn ihr ein Schwert in der Hand habt habt ihr automatisch Wenn ihr blocken wollt mit dem Schwert also so schlagen mit linksklick und rechtklick Habt das so ein Das seht ihr ja mal ganz kurz hier links unten neben den Schwert aufblinken aber wenn man es in den Tag in E Dann seht ihr drin ist kein Schwert das heißt wenn ich jetzt hier das reinlege Okay das raus Ich stelle mich mal an eine Stelle wo ich nicht so tief muss Das ist nämlich auch guck hier Und das springt raus So wenn ich jetzt was anderes in die Hand nehmen wie zum Beispiel den Stein Das hier reinlegen bleibt raus Komisch ne Ja So ist das bei uns So So Ach ne das wollte ich ja aus Fichty Fichty machen Das ist schon wieder dunkel das gibt es ja nicht Ich hab kein Bitten mit ne Das ist Gibt es so nicht Wie Ohohoho Überlebt man Hier ist der Beweis Ich glaube ich hab mir mal hier am Bett mitgenommen aber Das habe ich Ich weiß wo ich das gelassen habe Das habe ich Achso Und Alle Wegpunkte Sind trotzdem noch vorhanden Ne Also wenn ich jetzt hier rein zoome Dann müsste hier Also Das macht grad hier Jetzt Jetzt hat es geladen Genau Und das Meer Da sind wir gerade Warte ich grad die Karte auf In den nächsten Teil Dann ist hier der Markt Und Da seht ihr schon Das ist das Bett Und da Tun wir uns jetzt hin Teleportieren Fertig Und da stehen wir drauf Und da bauen das ab Dann gibt es wieder über die Karte Juuuup Kann doch hier eigentlich Egal Und Sümpfe werden jetzt hier Lila angezeigt Das Wasser Keine Ahnung warum Hier ist Limitin Und Wir standen Hier Ne Ich war So Bam Dann können wir jetzt hier erstmal Das Bett aufstellen Zack Und daneben Wir haben hier gerade das Holz Dafür Kann man ja eine Werkbank stellen Und da erstmal Stufen ausmachen So Mach mal hier 1,2,3,4 Zack Ja Mein Eventar ist voll Ich weiß So Zack Zack Jetzt mal hier Das rein Ofen Stein 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 Das brauchen wir jetzt erstmal nicht Äh Das weiß ich nicht Das ist eine Eisenschaufel Das ist eine Diamantschaufel Das ist eine Diamantschaufel Die Diamantschaufel Sieht aus wie eine Steinschaufel Ich kann hier mal kurz in der Hand nehmen Die haben nämlich hier Da sieht man noch ganz wenig blau Solche Texturen Wie sie Das ist hier Ganz Ist auch mal ganz Die Axt auch ein ganz Die Schaufel Die hat schon einige sind das ich Aber ist die auch so braun Die Eisenschaufel Die ist noch ein bisschen besser Aber sieht man auch schon dass die braun wird Die hat noch 121 Und die hat auch 90 Das ist der mal Das siehst du mal So Das hat natürlich keine Erde mitgenommen Das war ja mal wieder super So Erte Autsch Gehen wir gleich mal auf die andere Seite Das ist das Das ist das Das ist das Eine friedliche Stadt Eine friedliche Stadt So wir sind da unten dran ne So Und das ist hier unten dran ne So Perfekt Perfekt Rechenzaun Rechenzaun So So Und Du fast Wir haben noch 34 über. Komm erst einmal schräg rüber. Genau, kann nicht auch gegenlaufen, kann nicht runterfallen. Das Lied ist auch neu, das heißt, das ist auch von Kevin Lowe, das heißt You and You're Sie, also Sie ist ein Buchstabe. So, bauen wir das hier oben drauf, gehen wieder auf den Plumpel und sehen uns in der nächsten Folge, soll ich sagen. Das war jetzt auch Schlaf in mir. Gut, haben wir das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.